Willkommen hier in La Valle. Heute erster Lauf über Lausitz-Pokal 2015. Schöne Wettkämpfe, wenn auch bloß zehn Mannschaften sind. Wir haben ja auch schon fast nur 30 Mannschaften gekämpft, aber es ist natürlich auch sehr viel und es ist ja generell weniger geworden. Deswegen hoffe ich trotzdem auf kameradschaftliche und schöne Wettkämpfe. Hallo Kameraden und Kameradinnen, ich möchte euch ganz herzlich hier im Waldstadion in La Valle begrüßen. Ich freue mich, dass so viele Mannschaften hier da sind und uns hier Gesellschaft leisten bei diesen Top-Wettkämpfen. Und ich denke, dass wir heute das erste Mal diese 100-Meter-Bahn machen, ist sicherlich für den einen oder für den anderen ein interessanter Wettkampf. Ich wünsche allen keine Verletzungen, ein paar faire Wettkämpfe. Ja, liebe Kameraden, Kameraden, werte Bürgermeisterin, auch vom Verband ein paar Worte. Besten Gewinn, faire Wettkämpfe. Möge das Wetter aushalten. Und das Wasser wurde hier auch zum Bierbrauen gebraucht, nicht bloß zum Läschen. Ich übergebe an den Wehrleiter. So, Kameraden und Kameraden, es ist viel gesagt worden, ich will mich nicht wiederholen. Ich wünsche einen fairen Wettkampf, der beste soll ich gewinnen. Ich wünsche, dass das Ganze ohne Unfälle über die Bank geht, dass wir keine Verletzten haben. Und damit soll es eigentlich losgehen. Ich wünsche, dass das Ganze ohne Unfälle über die Bank geht, dass wir keine Verletzten haben. Ich wünsche, dass wir keine Verletzten haben. Jetzt frei wird um 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1, Zielliniebahn 2, Zeitnahme, Mannschaften fertig, auf die Plätze! Jetzt frei wird um 6. Die Friedershofer Männer auf Mann 1 und die Wartauer Männer auf Mann 2. Wer sich gerade fragt, Neuschmorbach gibt es ja eigentlich so als Ordner. Das ist eine gemischte Mannschaft aus Neukirch, Schmorkau und Weisbach. Zwei, Zielliniebahn 1, Zielliniebahn 2, Zeitnahme, Mannschaften fertig, auf die Plätze! Zielliniebahn 2, Zeitnahme! In Zeiten, auf Bahn 1, Hennersdorf mit einer sehr synchronen Füllleistung, 26,33 und 26,22. Auf der Bahn 2, Dresden-Bühler, der erste Füller 30,21, der zweite Füller 34,84. Die Kampfrichter auf der Bahn 1, alles in Ordnung. Die Bahn 2 ist rot hier vorne, es war die Mittelkoppelung der A-Leitung nicht gekoppelt. Damit ist der Lauf ungültig. So, für den nächsten Lauf bereitet sich dann vor Kiesdorf auf Bahn 1 und noch auf Bahn 2. Modellbahn 2, D-Liniebahn 1, D-Liniebahn 2. Mein Name, Zeitname, Mannschaften fertig, auf die Blätter. Super Kandel, los, 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 los. Kandel, los, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bahn 1, Ziellinie Bahn 2, Zeitnahme, Mannschaften fertig, auf die Plätze! 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 Ziellinie Bahn 1, Ziellinie Bahn 2, Zeitnahme, Mannschaften fertig, auf die Plätze! 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 Bahn 3, Zeitnahme, Mannschaften fertig, auf die Plätze! Bahn 2, Zeitnahme, Mannschaften auf die Plätze! Bahn 3, Zeitnahme, Mannschaften bis zum Licht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017